Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein schleifendes, blockierendes Messer lösen. Setzen Sie den Topf auf die Messerwelle. Justieren Sie nun das Rohr vom Topf mittig, sodass sich die Messerwelle und das Rohr nicht berühren. Setzen Sie anschließend das Messer wieder auf die Messerwelle. Nun kann sich das Messer wieder frei bewegen. Untertitelung des ZDF, 2020